Hallo Leute und Inge Koschnik, auf jeden Fall, rechst du? Jawoll Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Sago Master und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Master Builders. Ja, das Thema ist Hot Tap. Heißer Pool. Heißer Pool? Ach, Whirlpool, glaube ich. Aber Whirlpool mit Lava wahrscheinlich, ne? Wenn du meinst. Ja, ist ja hot. Wie du meinst? Ja, mit dabei ist der Rexy und der Harvey wieder. Ja, abonniert alle. Guten Tag. Und der Boden funktioniert mal wieder nicht. Ja, ist immer scheiße. Warum versuchst du es überhaupt, wenn es nicht funktioniert? Der wird niemals funktionieren, ne? Das hat aber schon mal funktioniert. Ah, ne, 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 warte mal. Ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das hier soll. Was? Rexy? Was ist denn Inge? Ja. Pass auf, das ist ein Fernseher. Deine Arschloch. Inge Koschnik ist meine Frau. Pass auf, dass dein Fernseher nicht wie ein Fels. Keine Antwort auf die. Ja, heißer Pickel. In Wirklichkeit sollst du nur deine Mutter bauen. Oder dich selbst oder keine Ahnung was. Oder mein Fernseher, der runtergefallen ist. Ja. Ich baue den so schäbig, Alter, ne? Ich baue auch mega scheiß Pool. Bei meinen werdet ihr lachen. Mit so'n Schwanz drauf, ne? Er macht seinen kaputten Fernseher. Ja, Mann, Alter. Mein Fernseher ist nicht kaputt. Er ist nur leicht angeschlagen. Auf jeden Fall, die deutsche Demokratie hat bestimmt, dass wir heute ein Video Masterbilder drehen. Niemand anderes, die deutsche Demokratie, die in der Deutschen Republik aufgefasst wird. Seid ihr alle konzentriert oder was los? Nicht wirklich. Rex ist der einzigste, der redet. Ja, keine Ahnung. Kommentiert hier mal. Hi. Hallo. Das ist ja nicht meine Folge. Kappa. Das ist... Das... Das... Da hast du dich. YouTube-Infobox. Oh, der ist im Maul, Alter. Jetzt macht es auf. Ja, verlieg dich auch, bitte. Hey. Wow. Hey, Moment mal. Was baust du denn gerade, wenn du YouTube arm machst, du schlauch? Oh, shit. Scheiße, ich hoffe, das nicht mehr. Ich kann dir noch eine zweite Runde dranhängen, Alter. Stell dir mal vor, wie ich baum katz vor das falsche. Nein, nicht, da ich weiß. Ich google jetzt. Aber ich meine, das ist so. Wenn das jetzt nicht so ist, dann rast dich aus. Ohne Witz, dann kriege ich einen epileptischen. Scheiße, ich hoffe, das nicht mehr. Bei meinem lachst du. Ja, doch, wir haben es richtig gemacht. Ja? Hast du mir guckt? Ja. Nee, ich habe es nicht mehr. Naja. Sieht scheiße aus, Alter. Meins könnte schön werden, wenn es... wenn ich mehr Zeit hätte. Meins könnte auch schön werden, aber... Im Gegensatz zu eurem ist meins bestimmt das Schlechteste. Oh, fuck, Alter. Meins könnte so schön werden. Meins sieht so scheiße aus, ey. Ich kriege einen Anfall. Ja, meins könnte schön werden. Ey, das ist meins. Jetzt lacht nicht. Guck mal, ich hätte... Ja, ich schwöre. Ich hätte hier hinten noch außenrum so eine geile Treppe hingemachen und so. Ey, macht amazing, komm, für uns machen wir das Lieder, da. Oh Gott. Das ist bestimmt von dir, Rexy. Ja, ne? Nein. Das ist nicht von mir, aber meins. Aber heiß ist meh. Das ist a bath. Was ist das denn? Oh. Das ist very good. Wow. Das ist dein Trexy. Ja, ne? Nein, ist nicht mein. It's okay. Das ist aber ungefähr so. It's okay. Jetzt müsst ihr euch über... Wenn ihr jetzt irgendwas seht, was genau... Also ungefähr so aussieht. Was ist das? Okay, das ist echt mein Eis-A-Bleding. Ja, mein Alter. Ha, wie ist das deins? Ach, das soll ein Waschbecken sein, was? Das ist geiler. Wäre. Für sowas gebe ich mal Eis-A-Bleding. Guck dir den. Was ist das? Ach so, das ist Ding? Ach so. Ja, habe ich auch gemacht. Nein. Ich hab, ich hab, komm, it's okay, gg. Ne, okay. Was ist das denn? Das ist Rexy, Alter. Hier, mein Eis-A-Bleding, Alter. Ja, gebe ich auch mal Eis-A-Bleding. Was ist das? Ja, du bist meins, dann würde ich mich schämen dafür. Der meiser-A-Bleding, Alter. Dann gebe ich dir auch mal Eis-A-Bleding. Geht gemeldet. Ich hab hier das hier gegeben dir. Ja, 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 ja. Na ja, ich muss dir gestehen, ich hab dir auch mal Eis-A-Bleding gegeben. Wow. Was ist das, Alter, hier, meiser-A-Bleding, Alter? Lieb Zuckerwasser, ja. Okay, da gebe ich ein Good, Alter. Ne, meising hier. Weil du bist so awesome. Du bist so amazing hier, du bist gewinnt. Wer ist denn awesome, hab ich, Alter? Was ist das? Was ist das, das ein Gefängnis? Im meiser-A-Bleding, Alter, wirklich. Das ist Jays, äh, das ist Jays Gefängnis. Geht kaputt. 2, 2, 1, kaputt, booyah! Der Arme. Oh mein Gott, was ist daran? Im meiser-A-Bleding, Alter, wirklich, das ist einfach nur so. Me. Wie gerotzt. Ah, noch, abonniert, falsch geschrieben. Ich glaube... Ich schäme dich. Nice. Oh, lucky! Wow, ich bin vorletzter. Nice. Das hast du gut gemacht. Ja, Leute, ich mach hiermit ein... Oder, äh, 8 Minuten schon. Nö, okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Master Wilders wieder. Bis dahin. Ciao mit V.